das sehe ich nicht mehr sicher da kann es nicht da bleiben der macht das der Tumann und Kratz er ist sicher ein das Kathedrale auch gleichwertig sein dann können wir auch in dieser Tür sprechen da denn sein aus dem Aufbau der Leib Eignen aber die Leib Eignen das muss man nicht vergessen die sind einfach die wahren Helden sieht hier ist jetzt knapp 40 Minuten 40 Minuten in denen schon so viel passiert ist dass wir die Mission schon praktisch durch haben also ich bin nirgendwo blind sie sind nicht haben las aber ich tue so das war die Zeit ich tue einfach so zwischendurch bleiben da da muss es bleibt sagen da muss aber alles ein Geräusch der Anließe ist k k ich zeige euch den Weg sie 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 bekommen ja das das wäre zu steil ich dachte wirklich das wäre viel zu steil für den Kundschafter scheinbar aber nicht für euch doch immer ich zeige euch den Weg ich zeige euch den Weg ich zeige euch den Weg ja es ist zahltag schaut in die Ferne sieht her ich zeige euch den Weg da ist ein Kundschafter da kommen Banditen an sieht her sieht her die gehen hier dran vorbei sieht her so auf dieser Entfernung müssen wir das Fernglas verwenden da können wir nicht zwei Meter laufen ihr googelt doch auch jeden Scheiß ich zeige euch den Weg ich zeige euch den Weg da ist noch ein bisschen was das können wir auch noch aufdenken ist aufgedeckt da ist noch ein bisschen was das können wir auch noch mit Vergnügen die Holzer Truppe ich glaub ja dass hier eine Verwechslung vorliegt hier hat er noch was übersehen eigentlich sollte ich gar nicht hier sein könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse ja der Feind attackiert eure Siedlung nichts lieber als das eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern damit warten wir noch ein bisschen denke ich wir können mit dem Typen noch reden die Langbundschutz regeln das kann ich jetzt Feierabend machen sieht durch mein Fernglas schaut in die Ferne ich hab getan was ihr wolltet Gruppe Null hat's geregelt ich hab jetzt schon aufs O gedrückt nicht auf die Null na gut da nacken riecht gleich wieder ab ok wo ist Gruppe 8 ich wusste dass die wieder irgendwie einen Scheiß vorhaben können wir nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse hier baut den Schwefel ab die Versorgung mit ist mit der 80.000 Familie hier überhaupt nicht gewährleistet die jetzt ausgebaut wird kann man hier eigentlich auch machen aber gern ja ist gut ja ja also nein nicht F5 F6 Deserteur wie ihr wollt Verräter Ah endlich edle Herr vergebt mir ich gebe euch alle Informationen über die Pläne Balkor des Grausamen er ist der Anführer der marodierenden Bande deren Mitglied ich schändlicherweise einst war so sprich und dein Leben soll verschont werden wenn sich deine Informationen als nützlich erweisen sie planen einen Angriff Sir auf eine große Stadt ganz in der Nähe welche genau weiß ich aber nicht Balkor hat fast alle seine Männer für diesen Angriff abgezogen und verfügt nun kaum noch über Verteidiger bitte verschont mich ich zeige euch den Weg zu Balkors Lager seht hier ist die Straße nach Westen nach dem Plateau kreuzt er den Weg nach Norden folgt diesen zu den Sümpfen und dann immer den Fackeln nach sie werden euch direkt zum Lager führen Gnade bitte nö warum auch du hast mir alles gesagt du bist unnütz Wachen sperrt diesen Mann in den Turm der Stadtrat soll entscheiden was mit ihm geschieht ich muss mit dem Bürgermeister über diese Sache sprechen ja mein Herr mhm ja mein Gott Meisterschützen Meisterschützen sind meisterliche Schützen das wird schon geregelt hier das wird schon geregelt hier mhm wie wir nochmal diesen Grundschirm vom Bürgermeister mal gucken äh so gut der Verräter hat uns Hinweise auf seine Anführer gegeben könnt ihr die Stadt eine Zeit lang allein halten wir werden sie mit bloßen Händen verteidigen wenn nötig geht und bringt Licht und Gerechtigkeit zurück in dieses Land alles klar wir kümmern uns darum in Ordnung woher haben wir plötzlich zwei Trupps kurz Schwertkämpfer egal wir nehmen eure Stadt Wachen auch mit euer Wunsch ist mir Befehl Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht zahlt an Sekunde ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken so wieder da sie und marsch wir erledigen das ja gerne man merkt wenn übrigens praktisch bestürmt also die Angriffe die da kommen sind wow die sind nicht aufzuhalten aha da sind die Fackeln aber sicher doch aber sicher doch jawohl sofort euer Wunsch ist mir befehl haben wir noch Platz für die Kathedrale ja wir warten noch bis wir den Anfang der Banditen gefunden haben ich tue mein Bestes seid unbesorgt und ihn festgesetzt haben mit Vergnügen oder umgebracht haben je nachdem was unser Dario gerade vorhat ich glaub wir würden festnehmen oder zu recht folgt dem Hinweis des Verrietes und Balkor den Grausam zu fassen und zur Burg zu bringen aha kehrt dann zurück und besprecht euch mit dem Bürgermeister schaut in die Ferne da wisst ihr was da wisst ihr was so wozu mehr Zeit verschwenden als nötig dafür sind wir genau die richtigen die sie durch mein Fernglas eure Arbeiter bezahlen ihre Steu sie seht her gern jawohl immer den Fakkel nach so soll es sein ja mein Herr ja dafür sind wir genau die richtigen gern dafür sind wir genau die richtigen jetzt können wir zeigen was ihr gelernt habt oh alte Ruinen das war nicht abzusehen dass in alten Ruinen Banditen sitzen würden ja euer Wunsch ist mir befehlen wird gemacht jawohl wie ihr befehlt ey ihr da was macht ihr da das ist erstmal den Zelt kaputt machen wir werden siegen ach jetzt können wir den Zelt nicht mehr kaputt machen jetzt können wir mit dem Reden im Typen okay jetzt sind die Kathedrale fertig damit warten wir noch ein bisschen das Gebäude wunderbar die Kathedrale ist endlich verendet aber wir sollten diesen Leuten weiterhin helfen alles klar tritt hier kein Schwein was wollen die was wollen die jetzt Maschinen die hier einfach durch hm Ball in Ordnung Rähne 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 du Hund es es war war meine unsere Befehle kamen direkt von ihm wir sollten ein Ablenksmülle verstärken während eine große Armee Thor Fallas angreift ihr seid nun in Gewahrsam folgen wir zum Gefängnis um eure Strafe abzuwarten eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern wow das war eine das war eine Ansage in Ordnung für euch doch immer die Stadt die ihr angreifen heißt also Thor Fallas heiligssprechung heiligssprechung eure Priester siegnen die Bewohner der Stadt wir sprechen da eigentlich heilig die ganzen Bürger ich zeige euch die oder einfach Dario darüber hat sie zehn Heils zehntausende heiligssprechungen hinter sich natürlich zehn erschien mir doch ein bisschen zu unrealistisch wenig für Dario wir wissen ja der ist ein Heiliger der hat einfach damals in der in den Nebelbergen es gibt übrigens habe ich damals schon erwähnt dass es überall in irgendeiner Geschichte immer die Nebelberge gibt es gibt immer Nebelberge auf jeden Fall in den Nebelbergen hatten die damals zwanzigtausend Taler für den das Orb-Artefakt gefordert und was macht er? der besterkriert die und bezahlt er auch den Tribut das war richtig also das war richtig Badass von ihm und deswegen dachte sich der Papst jo heilig läuft nix mehr zu holen jaaa einfach ohne irgendein Kommentar direkt sieht her los schicken seht seht durch mein Fernglas seht her es ist ich zeige euch den Weg schaut in die Ferne achso gerne der lag der lag steht immer noch nach flaschenzug flaschenzug wie ihr wollt komm in die Burg Junge mach kein Ärger du kriegst gleich eine so in die Burg mit dir wachen wachen öffn sie Tore und schafft diesen Verräter in den dunkelsten Kerker und dort kann er seiner Strafe harren darüber ist ein sehr gnädiger Herrscher die Tore sind Offenzer schickt ihn rein ok der ist jetzt beseitigt dann müssen wir gleich mit dem Bürgermeister quatschen damit warten wir aber erst ein bisschen auf das ganze den letzten die letzten Plaplitter die letzten paar Splitter der Region erkundet haben mit Vergnügen Kiste ich zeige euch den Weg da kriege ich immer solche Kistenanfälle die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen Flaschenzug erforscht wunderbar ausbauen ausbauen es ist Zeit und dann dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen wir könnten eine Steinmetze benötigen Dach Chef aha wenn wir das Wohnhaus ausbauen wären drei Plätze frei wenn wir diesen Wohnhaus ausbauen wären noch zwei weitere Plätze frei dann kann das passen haben wir nicht so eine Steinmetze haben wir nicht dann ziehen wir das jetzt wohl so durch Ausbau fertig das Gebäude ist aus dem das Gebäude ist das Gebäude ist der kann eigentlich schon zurück nach Hause gehen für euch doch immer jawoll denn für die kleine Region die wir gerade erkunden brauchen wir nur einen Kundschafter ja ich bin fertig hier kann ich jetzt Feierabend machen hoffentlich geht das ganz genau aus das Gebäude ist ausgebaut drei einer die die in die Gutzhof weil die anderen sich irgendwie ungeschieden haben der Tag der Abrechnung Steuern und soll haben wir noch zwei Plätze frei Bezüglich der Wohnhäuser haben wir dann keine mehr das sind wir machen einfach hier so ein Wohnhaus hin und erlauben denen hier den Ausbau ich zeige euch den Weg ich zeige euch den Weg ich zeige euch den Weg die letzten paar Pfützelchen können wir noch schnell und dann gehen wir mit dem Bürgermeister dass da eine große Stadt angegriffen wird eure Priester sind und sie sind unbedingt intervenieren müssen fertig jetzt wo die Barbaren in dieser Region hier ausgeschaltet sind aus abgeschlossen oder wie Zelser sagen würde befriedet worden waren sie durch mein Fernglas ich zeige euch den Weg ich zeige euch den Weg natürlich ja da ich bin gerade mit der Hand gegen das Mikrofon gekommen weil mir die Nase nicht juckte noch eine heilige Sprechung und ich zeige euch den Weg das haben wir hier die ich noch alle hätte gerne auf der Zerstörungsliste aber wird leider nichts wir bezahlen ihre Steuern ich zeige euch den Weg ich zeige euch den Weg das ist das ist das ist